Willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Auf Konsolab sind wir unterwegs bei der französischen Botschaft. Garage? Nice. Okay, ja, wir sind im 5er-Trupp, live auf Twitch, Standard. So, ja, mach dude beim Dropper. Ich weiß nicht, wo ich meinen machen. Okay, der Mira. Okay, die wollen mir einen Trick machen. Dann... Hat doch gemacht beim Dropper. Achso, dass man so von oben nach unten bieten kann. Okay, der haben zwei Mira-Fenster gemacht. Warum macht der auf? Zwei Mira-Fenster, der wollen die Double-Mira machen, oder? Ja, ein Mira-Fenster ist offen. Ein Mira-Fenster wurde aufgemacht. Ja, ich bin klar, dass ich gucke. Ich kann aber warten, komm mal her. Gernix, bisher, ich warne. Ich kann ja jetzt Mira-Fenster aufmachen, aus der Distanz. Ja, Mira guckt. Mira, aus. Achso, stimmt. Ja, Fetscher. Einmal. Da oben ist offen, oben ist offen, bei gesagt. Das ist andere Mira-Fenster da auch aufgemacht. Naja, das Fenster ist offen. Nein, das Fenster oben ist offen. Die von diesen zwei Fenstern. Hier oben. Achso, da? Ja. Hier oben. Das Fenster aufgemacht. Das Fenster ist normalisiert. Gernix, du jetzt vielleicht aufwachen? Ja, dann komm. Jetzt. Zu langsam. So drunter. Zu langsam. Komm da. Oh, mein Fenster. Ja, da. Bei der Ruhe, eh, mein Fenster oben. Hast du? Nicht, ey, ich hab... Ich hab... Hab ihn, hab ihn. So. Nein, ey, Jäger, ich verstehe. Ich bin vom Raum aus. Der ist... Der ist links. Hab ihn angehätet, doch. Gernix, können wir weg hier. Ich versuche, einen Granatowand zu machen. Links ist... Ah, fuck. Links ist Jäger bei der Treppe. Noi. So, was sind die denn? Wurde entdeckt. Treppe. Kann einer schnell kommen und Tür ab einem. Bitte, bitte, bitte. Ich einmal. Push das raus. Und der andere halbe, ich bitte. War der oben oder in Richtung Garage? Der war Treppe da in der Garage da. Oh. Ja, da war der. Der ist runtergelaufen an der Treppe. Nee, der ist reingegangen in die Garage. Wir haben noch 30 Sekunden, wir müssen pushen. Ja, der ist die Treppe runtergelaufen. Ich mach schnell den Dropper auf. Mach nochmal. Mach, mach, mach auf. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Scheiße, ich weiß nicht, scheiße. Ein Gegner verbleibt. Oh, Gott. Nein, der war da in der Ecke. Nein, du, du würdest reingehen müssen. Ich war drin. Wo, wo wollt die anderen Personen rollen? Nein, Nivo war nicht drin. No, er ist aber neben mir gewesen. Bitte. Nivo ist da hin. Nein, du, wo unten ist. Die Gegner war nicht gut. Die war nicht gut. Vielleicht. Nee, also diese Macht auf jeden Fall. Wir gehen mal erschienen. Wolf, Wolf King, der, der ist eigentlich. Ich würde gerne archivieren. Woher soll ich? Ich bin gerade immer überlegen, wie ich nehme. Er nimmt ein Kavirer und unterstützt mich oben. Ich nenne mal Lappen bis Elm. Dann habe ich am Ende nochmal Glück. Wie immer. Mach den Kaffee. Nein, auf keinen Fall Kaffee. Ach man, das war so dämlich, dass der Bandit da in der Ecke war. Und ich es einfach nicht gecheckt habe. Ja, es war blöd, dass Ivo nicht reingegangen ist, sondern erst ins Glende. Ja, okay, ich war aber wirklich bei... Die Uhr war auf 0 und ich bin reingegangen. Ich muss einen für Dropper machen. Ich mach zwei Dropper. Mach du den im Gang. Hä, Ivo war tot? Nee. Ich war auch A2 gegen 1. Ja, ich muss wieder nach unten laufen. Ich war tot. Du hast aber nicht mit dem Raum gerne nichts. Wir jetzt im Raum gehen müssen und nicht über das Gelände. Über das Gelände, da ist der Raum nicht. Und du gleich das Ding im Raum angehen müssen. Leute, 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 ist jetzt egal. Hey, Luca, kannst du mich unterstützen, vielleicht am Nebenraum oder so? Ja, klar, kann ich machen. Der Stacheldraht ist bereit. So, wir haben... Ich habe einen Hauptang. Eigentlich viel bei Oma. Ich gehe bei mir. Geh mal bei dir. Oh, es leckt. So, ich habe da einen Legion. Ich glaube, die kommen... Ich glaube, die kommen gerade. Ich glaube, ich habe die bei der Garage gehört. Ja, Luca, geh mal Richtung Garage. Ich chill hier. Ich bin da. Gernix, geh mal weg. Ich spiel, weil es wirklich ernst ist. Bei mir ist er ein Bett. Ich höre ein. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall gerade, da schießt eine ganze Zeit. Ich bin da nicht so viel hin und her. Ah, der war... Mann, ich habe gerade hinten. Aber Libana ist bei einem weißen Van da direkt. Scheiße in der Garage. Fuck, Alter. Gernix nicht. Du stirbst. Ja, genau da. Komm, komm von da hin. Überrasch dich von hinten. Habt vor, meint. Da war noch einer hier. Okay, einer ist im Dings. Äh, beim Dropper. Ash. Ash beim Dropper. Ich geh jetzt gerne. Ich gehe jetzt in den Raum. Rechnungraum, zumindest. Okay, noch einer. Okay, die sind oben. Oben Visa Büro. Lo, Ibu schießt bei mir mit einer Bandit-Ladung. So, Visa Büro, weiß ich nicht. Ich kann mal versuchen zu markieren. Kein Fall entdeckt, aber es sind nur zweimal in Gouminen reingetreten. Ich glaube aber erstens, wir rausgehen. Doch nun, weil wir, end doch nicht beide wie, end doch nicht, beide wie gleich. Aber ich hab da ne Dings-Mine. Ne Gouminen. Ja, aber trotzdem. Wenn der schon drin ist, der kann er trotzdem killen. Jawoll, der ist, glaub ich, im Gang. End da, Ibu. Tod. Da direkt von Ibu. Ibu, was musst du? Ibu, was musst du? Letztes, Ibuana, ne? Ein Gegner übrig. Ich schieß bei mir immer auch mit der Dings-Mine. Jawoll, Alter, sehr schön. Sehr schön, Thomas ist daumen. Sehr gut zusammengespielt. All jemand, man hat gesehen, Legion hat hier den Push gestoppt, ne? Auch Pernanella. Ne, ich glaube jetzt nicht mich, ich glaube Legion, den auch weiter. Normalerweise, mein Main. Ne, mein Main, weil ich richtig gut mit dem in Rang spielen kann. Also, den werde ich mir da morgen direkt holen. So, aber die kann ja nicht wieder Dings sein, ne? Soll ich vielleicht Jusen nehmen? Äh, ja, nein, ja. Ne, ich ohne nicht, ich ohne nicht. So. So, jetzt konzentriert. Gernens Prümer nicht in so sein. So, die werden wahrscheinlich archiv sein. Na, die Sache ist, wir müssen auch in der nächste Runde Garage. Oder wollt ihr? Ja, so, Kavaira war ein Wieserbüro, warte. Das ist archiv, oder? Ja, oben ist. Ja, oben ist. Ja, oben ist. So, für alle, die es interessiert, man kann vor dieser Runde einen Zwei-Stunden-Band bekommen. Kriege ich nicht. So, ein Drop ist nicht verstärkt. Noch fünf Sekunden. So, aber oben chillt keiner, wie es aussieht. Warte, ich gehe noch mal weiter mit der Twitch-Strone. Oder auch nicht. So, das habe ich jetzt auch alleine gespongt bin. Äh, Drop, okay, Drop ist verstärkt. Visa-Büro ist aber frei. Visa-Büro könnte aber Kavaira sein. Ah, nee, weg, wie es im Visa-Büro. Oh, nee, du bist tot? Oh, das brauchen wir Wadaboo. Für Visa. Soll ich komm? Ja, das wäre nicht schlecht. Alter, das leckt ein bisschen bei mir. Ist jemand im Visa-Büro? Weiß ich nicht, warte, ich guck nach. Ich guck nach. Ich guck nach. Also, äh, Dings war dort. Weltkrieg hat dort einen Camp geschlossen. Warte, ich mach die Camp kaputt. Äh, äh, so, mach die Camp kaputt. Ich guck nach, komm, was im Visa-Büro. Ja, ich geh rein. Geh, okay, geh rein. Ah, wo du über Geländer gesprungen bist. Ich chill hier, mach du die Drops auf. So, machst du den Drop auf? Jawoll. Mann, ey. Ja, ja, ich hab... Ja, ja, ich hab... Ja, ja, ich hab... Ibu, du... Äh... Ist da jemand, Ibu, wenn ja, hübsch mal? Okay, das klären wir dort. So, ich geh mal mit der Drohne runter durch den Drop, ja? Äh, der ist nicht verstärkt, ne, Ibu. Oh, willst du auch machen? Oh, wir schauen uns wieder. Nein, hier ist ein Schild, ich komme nicht mit der Adolf. Okay, äh, wenn man da zur Tür reingeht, sei hinter der Forstwarte. Ey, Puls Schild hier, Puls steht hier. Warte, ich denke, ich denke, ich denke, ich schieße durch den Boden. Genau da, wo ich gepinnt habe. Er steht genau unter dem Drop, genau unter dem Drop. Ja, ich bin ein Chopper. Ja, genau da war er, wo er ist weggegangen, ist weggegangen. Ich denke, ich bin die ganze Zeit ab. Denkst hast du gesagt, oh. Kann... Na, ich treffe auch nichts. Hier ist er, schießt durch, schießt durch, schießt durch, durch den Boden. Kann jemand Garage kommen? Schießt da... Oh, wir müssen rein. Ja, wir müssen rein scheißen. Ja, wir müssen rein scheißen. Zehn Sekunden übrig. Die Aktivitäten mit Sicherung des Behälters fortfahren. Sicherung des Behälters werden... Wollt ihr das in Forstwarte? Was so? Rein. Nur noch ein Gegner übrig. Ja, komm, komm, komm. Wo? Weiß nicht. Bist du verletzt, ja. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Ich gucke in den Camps. Also in den Serverberauf... Ihr müsst, glaube ich, in den Serverbereich sein, wie du gerade dann da bist. Ich bin schon ganz links in der Ecke. Ja, ich glaube ich auch. Ja, 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 der, 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 der. Also das... Da in der Ecke? Ne, 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 nicht. Nee, wird rechts, 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 rechts. Das ist die Rechtecke. Ja, da. Ja! Oh, mein Herz. Mein Herz hat gerade so geschlagen, wie dieses... Im Raum. Alter. Boah. Hä, warum soll ich nicht mit der Drohnen töten, Ivo? so wollen wir jetzt garage ja soll ich mir nehmen ich nehme nicht mehr aber ich den wendet so gehen wir garage so dort noch 16 hp ja ein bisschen spät nee wir hatten gar kein zeit mehr evo interessant puls wäre besser den bändetrick egal ich mache ein bändetrick ja war er gar nicht machen aber ich mache schon mein herz so wie man kann was ist die erste und dann beim stillstehen am ende in ihrer wäre wirklich nicht so verkehrt ja ich kann mit mir du hast doch gesehen ich kann mit der waffe nicht umgehen du hast heute beim nutzer später gesehen das stimmt aber im rückstoß ist so hart der rückschuss richtig gering ich habe ich habe hier am start ich habe eben hier bandit lagung gemacht beim stacheldraht das war die trittschrone fährt das von gegen so bleibe ich im raum und die pushen schon die pushen richtig und der menschen der fäscher luka ich habe bei der tor der mann mehr entlang kaputt gemacht ja ich bin tot haupteingang hat die trittschrone so gut war der haupteingang war auch einer ich weiß ich weiß ich weiß ich hab das in meine falle getreten ja ich war die band er macht noch irgendwo auf ich habe die job ab warum entgebeide den dropper ab und denkt hast du den war ich war einfach zu gut ja vor allem muss Pingu helfen er hat noch helfen und der Granato egal, lauf, 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 schnell, schnell, schnell schaffen wir nicht mehr Mietchen nein 226, Alter, so wie gut vor mir ist was gab der? sind lieber auf Level Level 118 Level, Alter, das lädt immer so lange mit den Leveln so, die können die können immer auf Wiese gehen kann ich hier nochmal, äh, okay, dann nehme ich Back Level 129 Level 85 Level 116 sind alle über Level 100 aber, okay, außer 2 und 119 aber wollte ich kommen die können eh nicht in Garage gehen weil sie dort gewonnen haben ach ja, stimmt aber wir können Garage gehen wir müssen besser verteidigen müssen wir müssen wir nächstes Mal mit da sind das müssen wir nächstes Mal mit müssen wir ja, der macht die doch, dass wir nächste Runde mit Mira und Benetrick machen ja, ich bin Mira nicht ich bin schlecht wir haben kein Twitch ne da wurde lokalisiert Pino kann Mira gut spielen ja, aber ich möchte ja, aber ich möchte so, oben chillt, äh, oh, ganz oben chillt jemand ganz oben äh, und haben wir noch beim Haustank gemacht ich bin ganz alleine ich bin ganz alleine so, da sitzt jemand ne da weil da zwei sind daft ich gehe mal einer Seite einen nach ganz oben da und jeSN kommst du mit mir nein nein und du hier ab ich gehe durch ein fenster hat die kann man mit jemand drohen ob er warte im vergewaltigungsbarone ich sehe hier momentan gar kein bekommst runtergehen ja kann ich machen ich komme jetzt ich habe eine granate wofür da kann man zerstört wer die kamera sogar jay es kommt jemand alter ja nix wollen wir ich droh nimm er hatte sieb momentan frei aus nebenraum sieht auch frei aus wir haben noch 20 sekunden ja mach auch darauf los macht ihr auch dann denkt ja mal drei jetzt war die kürze raum ist ein zwängen zu sein ich habe keine muni ich kenne fest ich kenne fest scheiß in der fallung in den schrankfingur wenn sie es raus davon gewonnen mann ich man warum steckt nicht der fäscher stackeldraht ja aber sie pushen viel zu spät schon wirklich viel zu spät ja ich kann ich kann von unten und ihr seid an die ja ich kann ich bin dabei hier reingegangen wenn ich bin ich bin hier runter gedroppt so hoffen wir mal die haben keinen twitch mach mal hier einmal stackeldraht unbedingt oder einer dropper unbedingt warum haben die müde nicht ja ebook will benetrik machen oder twitch nicht gut tisch ohne dauer warum haben wir nicht mitgenommen hätten die müde könnten wir äh der droppers nicht gemacht also ich hab keine mehr nein dann könnte ich hier müde immer machen und dann könnten sie nicht mit dem trocken äh der dropper ich hab mir keine mehr ja nix was noch wir haben keinen druck gemacht da muss ich da muss ich da muss ich ja beschützen ne ich mach den zu so ibo komm mal her ibo ibo jetzt ne mach ganz rechts ganz rechts ganz rechts ganz rechts gewollt wir haben das auch ne ich weiß ne hast du noch ein fenster bingo kannst du eins hier setzen wo ist hier ich komme nicht hin ich komme nicht hin und zu sterben ich mache jedenfalls hin ich habe hier bei mir liegen können das ok dann nehme ich auch lief ab ne ich ne ich ich ne ich du hast ja auch nie auf diesem fall ne aber ich kann nicht immer ne die sind erfahrungen hin gekommen ne 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 wir sind in der ecke ja schon gesehen weil treff es noch eine von entdeckt das ist schon mal gut nein 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 der liegt da unten links ganz links an der treppe ganz unten also ist draußen draußen ich weiß noch was ja rein der liegt da oder was nein der liegt das kind ich raus hat einem einfach die tür ab und wenn wir noch eine lische verlassen das letzte hinter mir wir haben noch 20 sekunden die müssen da rein das kenn ich bingo bei enttür der von wo kommt der letzte kann sein von tür wo ja hast du aber da ruhe du hast es oder ne ich habe eigentlich gemacht du hast ah sehr gut gemacht war da sehr gut oh danke du kommst du hoch jetzt ist zwar dann vor allem wir können aber wieder überall hingehen wollen wir erst campaign ich werde da schief mit legion hingehen egal soll ich kalbeeren war doch gut mit legion oder deine kap Nietzsitz soll ich kalbeeren oder okay ihr wollt schon bitte Alter warte also übersteuerst übersteuerst soll ich jetzt in den back wie mach ich ne cam garage eine visa und eine im raum besser immer weil du hungrig bist du zu bieber geht an sich klar so sind die dropper gemacht ich mag ja egal mach ich noch einen ich mach deinen letzten ich komme zu dir die gegner haben die gefahrgut gemacht ich glaube sie kommen wieder in durch die oder so kann jetzt auch drei dropper gemacht ja er unterstützung welche oben nicht schlecht so ich komme mit frost oder was ich kann es gern machen oder gerne mit jäger ja oder ich komme gerade haben sie aufgemacht garage ja da ist der weg wird der ist wirklich in meine frost fallen gelaufen wohl die wollte den noch verhören können war da gut ja ich weiß ich weiß aber der im glas der blackbit angehütet sind noch welche garage gar nichts geht er weg geht er weg wenn er rauskommt dann weiß ich garage ist immer wer ihr könnt mal in meinen camp gehen Ibo geh du mal in die camp so kannst du ja nicht sagen ja garage hinter dem weißen van in dieser küche ist immer noch gläß also du kannst den vielleicht von hinten holen in dieser küche bei der garage da sind ja nicht da sind ja welche noch in der garage und hier wurde nicht offen gemacht nein der gläß ist garage gläß und blackbeard sind garage bleibt beide im raum eher im nebenraum Luca ausgedrohnt ich bin down jawohl sie kommen sie kommen sie kommen zurück nein scheiße konnte nicht mehr machen sehr schön gläß kommt von da hinten wahrscheinlich ich hab noch eine camera brauche also bei den Servern und im blauen Gang was auch wegen den Gitter was auch wegen den Gitter nicht mehr den Behälter zu sichern jawohl alter hab ich echt? warte mal nee ist nicht da guckt euch das mal an also ist ja kein carry naja look hat auch 6 und so wir machen ja alle kills außer einer selten haben keine kenne ich mal ein paar einmal hibana jawohl und fletscher du kannst ja gut mit klassung sind oder ja 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 wir brauchen wir brauchen noch irgendwie mit nein wir brauchen wir sind zufrieden Sprengladung haben wir ist eigentlich alles gut ja puh also das Match müssen wir gewinnen also ich muss sagen ich muss jetzt mal wirklich die Gegner loben sie sind sehr gut also sehr ausgeglichenes Match es gibt keinen der dominiert es gibt keinen der schlechter ist aber ich hatte gerade wieder panik dass ich es nicht habe ist sehr wichtig sonst die beiden oben an und wenn es dann wird was soll das das jetzt haben wir bei mir ja genau und in ihrem genau aber keine toll vorbei ich habe es die haben plätze und die bahne getötet wird ja tut mir leid ich ach von oben die bittchen oben raus ach man ja ja erlaubt noch mehr lehrer liebe und warum immer das gleiche was ich bin erlaubt ein die tür ab genau wird mich angezeigt dass er draußen ist aber nicht angezeigt wo mir wird angezeigt feind draußen deckt die buch war die malte ich hab jetzt so ein glitsch einfach dass mir die ganze zeit gezeigt wird feind draußen denkt da ist niemand raus der 3 das kriegt hin chemias hinter ihrem fenster aber kriegt wenn du wenn du wenn du kurz rein klicken würde dass er könnte an der Punkt machen es noch nicht solch aufmachend und ihm ist wenn wir rückendeckend ist kann ich hier auf die Wand du möchtest ich denke noch aufgott gelägt er wollte er immer ist mir was ein solches Geld hinter den weißen wenn das gab es jemand ganz recht am erfenster war auch ja ist langsam rein die bogeen gehen also wir sind dankeschön ich denke ab nach nach Renn hinterm weißen Van Mach ihn weg Hinterm weißen Van Wohin, am weißen Van? Vorne hinten? Ja, vorne war der grad Aber der kommt wahrscheinlich gleich hinten oder so Ich weiß nicht Der ist dann glaubt noch dahinter Ah, wo war der? Der war beim weißen Van Der hat vom weißen Van vorne Nein, der kommt links, links, links Nein! Verdammt Ah Ich kann nicht schnell genug Nach links gehen Okay, wollen wir jetzt Bitte nach unten Einmal Garage mit Mira, Bandit und Mute Ja, aber Ja So Also Mera Gennix Du jams mal bitte den Tropper Du leckst Ich kann auch Mira nehmen Ich kann auch Mira nehmen Ja, nimm du, nimm du Okay, dann nimm Lischen, nimm Lischen Du bist besser mit Lischen das, ich globe Wesen 見 Die. Aber hier nur ein Fernsehen Warning Also A Flip Er schaffbar da muss ich doch noch verschneiden aber ich mache wenn du willst dass die zwei jahre hin machen geht es ja schon das ist sogar eine sehr gute idee noch mal kommen wir aus der wand hast du noch eine wand wenn ja guck mal ich habe hier eine wand hin machen so dass ich das ich möchte dann so raus ich hoffe das reicht dankeschön er ist hier in der nächsten falle ja ja das hatte beim benutzer schwer zu sich mit mit trainieren von unten du an der decke kompletten ja ab kaputt gemacht jetzt ich kann mich nicht bewegen was war das denn gerade ich habe mein gerät hingesetzt es wurde auch hingesetzt vermeint hat geöffnet ich konnte mich nicht bewegen also wirklich nicht bewegen der raum wird gesichert ich kann nicht rein hier ist das gesehen ich habe das geschaffen der kommt der kommt der kommt bei der treppe nichts nein wir haben die das verloren jetzt habe ich ein tausender ping ernsthaft ernsthaft das kann nicht wahr sind wir haben das spiel verloren wirklich hätte ich meinen bandit ladung hingesetzt hätte dieses drecks spiel nicht schon wieder geleckt und hätte ich jetzt nicht im tausender ping sagt jetzt sind wir hätten diese runde wirklich gewonnen also weil ich habe ja mein bandit ladung hingesetzt ich konnte mich bewegen ich wäre noch am leben so die hätte nicht aufgemacht die hätten sich was anderes überlegen müssen jetzt bin ich wer silber eins und das regt mich halt so auf worte 4 das regt mich einfach so stark auf dass dieses spiel einfach nichts auf die reihe bekommt naja das war es jetzt schönen abend daran aber schönen tag ja ich sag immer schön abend weil es gerade nur 13 ist naja bis dann tschüss